herzlich willkommen zu einem neuen video heute mit broker finmax und meinem großen konto ich trade 60 sekunden bis zwei minuten mein start trade beträgt hier 2000 euro zuvor schaue ich mir die wirtschaftsdaten von heute an wir haben sehr wichtige news australis dollar in der eurozone und im us dollar als nächstes suche ich mir einen trade im metatrader 5 nach meinen einstiegskriterien und unter berücksichtigung meiner sieben indikatoren und dem perfekten chartbild ich hoffe dass ich schnell einen trade finde so dass ihr nicht so lange warten müsst der markt ist momentan hochvolatil anfängern empfehle ich jetzt nicht zu traden wir hatten in 21 minuten wichtige news sehr wichtige news im us dollar da sollte man eigentlich pausieren depending auf die ich das ja aber ich ich es Die Auswahl des richtigen Schadbildes entscheidet schließlich, ob du. Dauerhaften Erfolg hast oder nicht? Wenn das nicht stimmt, wird es nichts. Kein Schweizer, leider. Ich gehe jetzt trotzdem mal rein. Das ist dann ein längerer Trade. Nochmal, denn diese Strategie funktioniert auch bei höheren Timeframes. Ich pausiere so lange. Ich bin wieder da. Wie man sieht, haben sich alle drei Trades prächtig entwickelt und sollten eigentlich im Gewinn landen. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Wer sich für meine Strategie interessiert, findet den Link in der Beschreibung. Perfekt. Ich mache gleich noch einen Screenshot, der sich dann zeitnah im VIP-Mitgliederbereich befindet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Juventuscht gewalt. Tschüss. TV-Mitglied